Und damit recht herzlich willkommen zurück. So. Jetzt haben wir endlich einen Unterschlupf gefunden. Ein bisschen Micromanagement haben wir gleich mal betrieben. Und ich hab mein geliebtes Maschinengewehr wieder. Und ja. Der Plan sieht wie folgt aus. Ich hab hier einen Wegpunkt gesetzt. Keine Ahnung was das ist. Das könnte ein weiterer Unterschlupf sein. Das könnte aber auch gar nichts sein, ja. Und das ist in der Nähe von... Ja, keine Ahnung wie man das ausspricht. Mein schwedisches ist wie gesagt ein bisschen eingerostet. Jedenfalls ist das auf jeden Fall der Plan. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Und ja mal sehen. Hier ist auf jeden Fall was Großes in der Nähe auch. Ich muss hier was gucken. Da hinten. Hier irgendwas zu holen. Kompensator für Maschinenpistolen. Aber vier Sterne ey. Warum nicht? Haben wir es besser als brauchen. Eine Küste ist oben. Und zwei Handgranaten liegen da auf dem Tisch. Okay. Ah ne, da hab ich noch nicht geguckt. Aha. Ne, da war aber auch nicht. Ne. Ja, klar. Weiter. Rüstung Sichtpunkt. Ja. Haskor hat die Session... Ist beigetreten. Haskor hat die Session verlassen. Oh, da musst du umschalten wieder. Äh, ja, sehe ich gerade. Moment. Multiplayer. Nicht jeder. Anwenden. Gut. Haskor wollte nicht. Ne. Ich wollte ihn zuhause. Der hat andere Böcke zu melken, glaube ich. Ja. Na ja, Rokter, da ist hier das Game mit der Klaug. Ein Stern. Ja. Das will ich sehen. Mit der Klaug. Ja. Mit der Glock. Eine Glock ist das. Die gute alte Glock. Oh, hier ist eine Anhöher. Da oben. Oh, lass direkt da hin. Ja, ja. Hier sind wir eh den ganzen Wald vor belauter Bäumen, nicht? Ja, hier ist auch irgendwas. Ja, wir haben ja auch kurz gehabt, ja. Ich renne da jetzt. Wie weit ist denn das denn noch? Oh, da sind wir gleich da. Okay. Okay. Hier ist alles umzäunt. Ne, hier. Ne, wir müssen runter. Pass auf. Bunker ist das. Ne, einmal hier so außen rumlaufen. Oder? Ne, da kommt man. Doch, kommt man durch. Also, ich bin hier unten. Okay. Leute, auf Leute. Ein Bunkerchen ist da. Ne, jetzt... Hier drinnen ist nichts weiter, oder? Ne. Das ist meine IMP-Zelle mitgenommen. wollte ich gar nicht, jetzt damit na hier kommen wir doch bestimmt nicht rein oder? oha was oha? oha da ist auf jeden Fall ein Bewegungssensor wenn du da ran gehst na, damit die Tür aufgeht ne, wenn die aufgehen ne, da müssen wir questen, das ist einfach so ist das hier oben? ne, das wird nischt so fäck dich gut na dann weiter hm, warte mal ne, da muss ich da da müssen wir hin hahaha das ist ja eins ne, hier, ich hab hab geändert hab den Wegpunkt geändert ich will da wieder zurück hoch, oder? warte mal wupp, da wird schon ja, da hoch, genau hier oben, da oben rauf Wartungsschützpunkt Wartungsschützpunkt aha jo scheiße du bist wieder im Bunker Eingang ja dann können wir ja erstmal die Hallen durchforsten hier oh, hier ist noch mehr Betrieb na ja ich will, ich will ich will krass ui, ui, ui na, wo ist der da? alter, das gibt's doch nicht hm, das hat weh, ey d h ui jetzt war aber noch nicht ja, war das doch alles? ne, hier ist noch irgendwas oder, nee, nein doch, irgendwas wird mir angezeigt ja, mir auch mir auch mir auch Autsch! Ja! Oh! Jetzt hat's mich zerledert! Recht viel! Gut! Ja! Aber hören tue ich ja immer noch was! Ja! Oh, Alter! Ich bin in Kampf eingetreten! Du bist in Kampf eingetreten, oder? Ja! Oh, und hier sind Gasbuddeln drin, ey! Da wär ich nervös, ey! Da wär ich nervös, ey! Ja! 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 Ja, hier ist noch irgendwas. Also, kein Gegner, aber... Wo ist das? Da, auf der Seite. Kann man hier rein? Ne. Das ist verschlossen. Okay. Einmal außenrum. Da drinnen, oder? Ja. Oh, da war's doch. Äh? Was soll denn das? Ja, Bunker. Ja. Na, kommen wir da rein? Nö. Nö, nö, nö. Das ist die nächste Mersion. Mersion. Mission. Ja. Wegpunkt ist gesetzt. Ist jeder hier um der Ecke. Ja. Dieser Betrieb. Na, da bauen wir noch nicht alles. Äh, da brauchen wir mehr. Hier unten. Oh Gott, pass auf. Alter, bloß nicht runter, ey. Nee. Nee. Shit. Nee, nee, nee. Das ist... Das wird ein bisschen doll. Wo bist du? Da. Ein Weg irgendwie, aber... Wo bist du? Wo bist du? Ja, hier. Da oben. Mal gucken. Boah, ey. Ja, hier. Ah, hier sieht mich schon besser aus. Jetzt kann man hier ein bisschen die... Wand. Jo. So hinter mir? Nee. Hm, dummdi dumm. Doch, geht's. Ah, hier. Ah, hier. Ja, ja. Langsam... Ernährlich das Eichehörnchen. Oh, au. Leichter Fallschaden. Hui, das sieht aber böse aus. Siehst du da irgendwas? Wo bist denn du? Ach da. Na, aber hier ist auch nicht so toll. Boah, das... Wird aber auch am Riffen. Aua. Ja. Aber ich hab's überlebt. Und da ist das richtig wie ein großer... Na, mein Digger. Wo soll denn das hier sein, ey? Weiß ich nicht. Ja, hier ist ein Weg. Wollen wir doch mal lang gehen, ja? Wie ist denn das? Ja, ja, wie lang. Das ist der Große. Das ist der Große. Gut, da. Sieht ein bisschen aus. Ja, eingestürzt aus. Eeeh... Oh der Lupen, der... So... Aji, hier geht's auch noch mal nach oben. Ah ja... weil hier auf dem Weg da ist da ist blaue Markierung nur kurz hier gucken warte ich komm nicht die Loppen führt ok nö hier ist nicht der Weg war umsonnt hätte ja sein können dass er umgekehrt ist ja ach nö ich kann doch mal ich kann doch mal bei gehen genau so das ist ein Notsignalpatter auf sich kommt ach du scheiße jetzt ist der nächste fremde Maschine ist einmal da außen rum was ist das hier noch mal die schwebenden aber auffassend da ist noch ein Dicker also vielleicht doch lieber hier außen rum gehen auch falsch hau scheiße ja aaaa die sehen uns gleich jetzt haben wir uns gesehen der Kampf geflohen vom Kampf geflohen Oh, oh, oh. Oh, der große Schieße. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020